Hallo liebe Freunde, ihr habt uns ja sowohl am Wahlkampfstand als auch hier auf Facebook schon jetzt mehrfach gefragt, wie funktioniert dieses Wahlsystem überhaupt? Man kann drei Stimmen vergeben an eine Person, nur eine Stimme an eine Person, man kann eine Partei nur wählen, man kann verschiedene Parteien wählen, wie viele Stimmen hat man denn überhaupt? All das werden wir euch jetzt erklären. Und all das beginnt mit diesen zwei Stimmzetteln. Wenn ihr Ortsbeiräte in eurer Stadt habt, dann gibt es sogar noch einen dritten Stimmzettel dazu. Dabei geht der rosa für den Kreis und der graue für eure Stadt. Ich habe jetzt den hier von Kelkheim. Und jetzt entfalten wir das Riesending erstmal. So groß sieht das zum Beispiel für den Main-Taunus-Kreis aus. Die erste Frage, die wir beantworten wollen, wie viele Stimmen hat man überhaupt? Im Main-Taunus-Kreis gibt es 81 Plätze im Kreistag. Dementsprechend habt ihr auch 81 Stimmen. Das ist eine ganze Menge. Bei den ganzen anderen Wahlen habt ihr meistens nur eine. In Kelkheim zum Beispiel sind es 45 Stimmen, weil da die Stadtverordnetenversammlung 45 Plätze hat. All das kann aber variieren, denn das ist ja in jeder Stadt und jeder Gemeinde unterschiedlich, wie viele Plätze man hat. Aber das steht auch ganz fett oben auf dem Stimmzettel. Frage Nummer zwei. Was ist denn das Listenkreuz? Ganz oben auf dem Stimmzettel habt ihr die Möglichkeit, ein Kreuz neben einer Partei zu machen. Das ist dann das sogenannte Listenkreuz. Wenn ihr das macht, bekommen nach der Reihenfolge, wie sie auf der Liste stehen, die Kandidaten der jeweiligen Partei die Stimme. Das heißt, all eure Stimmen werden unter den Kandidaten nach ihrer Reihenfolge aufgeteilt. Und da empfehlen wir euch natürlich, euer Kreuz bei der CDU zu machen. Die nächste Frage ist, kann man Leute eigentlich auch streichen? Klar, also wenn euch eine Nase auf dem Stimmzettel nicht passt, könnt ihr trotzdem euer Listenkreuz machen und streicht dann einfach den Namen durch. Eure Stimme, die eigentlich für diesen Kandidaten gedacht wären, gehen dann an den nächsten Kandidaten. Was ist eigentlich dieses Kumulieren? Kumulieren bedeutet, dass ihr einem Kandidaten sogar mehrere Stimmen geben könnt. Das heißt, wir fördern natürlich besonders die jungen Kandidaten und wollen, dass frische und junge Politik Einzug in die Parlamente im Main-Taunus-Kreis hält. Und deshalb empfehlen wir euch, drei Kreuze hinter den jungen Kandidaten zu machen. Wer die jungen Kandidaten sind, das erfahrt ihr hier auf Facebook oder unter unten eingeblendeten Link. Das heißt, einfach neben dem Namen drei Kreuze machen oder auch zwei, wenn ihr wollt und schon bekommt der Kandidat mehr Stimmen. All das könnt ihr auch machen, wenn ihr schon ein Listenkreuz vergeben habt. So, neben dem Kumulieren gibt es auch noch das Panaschieren, noch ein Fremdwort. Das sollte aber wirklich nur die Ausnahme sein. Denn beim Panaschieren kann man zwar sein Listenkreuz ganz normal bei der CDU machen und sogar vielleicht noch die jungen Kandidaten mit drei Stimmen fördern. Und man kann zusätzlich noch Personen anderer Parteien wählen. Das heißt, ihr könnt gleichzeitig Personen mehrerer Parteien wählen. Das ist auch schon das Panaschieren. So, das war es jetzt erstmal in der Kürze. Ich hoffe, es ist ein bisschen verständlicher geworden. Und jetzt wünsche ich mir natürlich, dass ihr am Sonntag zur Wahl geht. Nutzt eure Stimme, wählt in meinen Taunuskreis, in eurer Stadt oder Gemeinde und vielleicht sogar in den Ortsbeiräten, wenn es die bei euch gibt. Und nutzt euer Stimmenrecht. Wir würden uns natürlich ganz besonders freuen, wenn ihr uns unterstützt und den jungen Kandidaten drei Stimmen gebt. Und wenn ihr trotzdem jetzt noch weitere Fragen habt, dann schreibt uns doch einfach hier auf Facebook oder geht auf unsere Website www.ju-mtk.de. Ganz besonders freuen wir uns aber natürlich, wenn ihr uns nochmal persönlich ansprecht an einem unserer Stände in den nächsten Tagen. Auch da bekommt ihr alle Daten auf Facebook. Also, am Sonntag wählen gehen und deine Stimme für den MTK vergeben. Also, am Sonntag wählen gehen und deine Stimme für den MTK.